. Noch ein Paar, Stranathins Natalia und Kalija bei Date. . Von wegen Trennung dieses Hollywood-Paar schwebt nach wie vor im siebten Himmel. Seit kurzem machen Spekulationen die Runde, dass Natalia Dürr, 21, und Kalija Heaton, 24, nicht mehr zusammen sein sollen. . Ein Insider hatte behauptet, dass der Schauspieler mit seiner Kollegin Schluss gemacht habe. . Diese Gerüchte straft das Duo, das aus dem Netflix-Hit Stranathins bekannt ist, nun lügen, Natalia und wurden in inniger Zweisamkeit auf einer Party gesichtet. Der 24-Jährige und die drei Jahre Jüngere erschienen gemeinsam auf einer Dior-Feier in Los Angeles und verließen das Event auch gemeinsam. . . Die Schnappschüsse, die die Fotografen von den Serienstars machten, zeigen keineswegs ein zerstrittenes Paar, die Schauspieler wichen sich lächelnd kaum von der Seite, hielt seiner Liebsten sogar ganz Gentleman-Lieke die Autotür auf. . 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